In wenigen Tagen geht es los mit den Live Your Life Trip 2016 und mit diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Infos mitteilen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du da eingeschalten hast. Ja, es ist soweit. Am Freitag geht für mich der Live Your Life Trip 2016 los. 30 Tage lang durch Europa, ganz viele verschiedene Bikeparks, ganz genau 14 Bikeparks. Und mit diesem Video möchte ich euch einfach mal kurz sagen, wie der Trip ungefähr abläuft. Ihr wisst ja schon, das habe ich schon mal angekündigt, der Trip beginnt offiziell am Samstag. Diesen Samstag beginnt der Trip in Winterberg. Da ist ja auch das Fantreffen, ich möchte es nicht Fantreffen nennen, aber da könnt ihr alle vorbeikommen. Da könnt ihr einen richtig geilen Tag verbringen. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock und bin gespannt, wer alles von euch da draußen vorbeikommt. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wie gerade gesagt, der Trip geht 30 Tage. Hammer, 30 Tage. Es ist kein einziges Hotel geplant. Das war mir wichtig, denn der Trip soll wie letztes Jahr, der ging ja 15 Tage, eine Herausforderung sein. Ich möchte wirklich nur mit meinem Campingbus unterwegs sein und nur auf die öffentlichen Plätze, öffentlichen Bikeparks, Duschen, Toiletten, Stromanschlüsse, das möchte ich alles nutzen. Und mein Ziel ist es wirklich, kein Hotel zu nutzen, außer es wird vielleicht komplett, es regnet eine Woche durch und ich muss wirklich mal ins Hotel, dann buche ich ein Hotel. Aber mein Ziel ist es, 30 Tage lang kein Hotel zu buchen und 30 Tage lang nur mit meinem Bus unterwegs zu sein. Ich möchte euch mal kurz die Planung ins Bild einblenden. Ich habe einfach einmal die Planung als Liste und einmal als Karte. Ihr könnt ja das Bild mal kurz anhalten oder macht einen Screenshot mit dem Handy oder mit dem Computer, wo er gerade dran sitzt. Da habt ihr auf jeden Fall einen groben Überblick, wo ich wann bin. Wie gesagt, ein grober Überblick. Ich habe es jetzt durchgearbeitet mit dem Erik und noch anderen Personen und ich bin echt gespannt, ob ich mich an dem Plan halten kann oder ob Bikeparks wegfallen oder wie das sich dann entwickelt. Man weiß ja vorher nie, wie es wird. Auf jeden Fall geht es am Freitag für mich los, am 5.8. Das ist diesen Freitag. Abreise, dann bin ich zwei Tage in Winterberg, dann geht es rüber nach Willingen, da bin ich zwei Tage. Dann geht es nach Trippstadt, Osternur, Geißkopf. Da sieht man schon, ich bin die ersten anderthalb Wochen bin ich noch in Deutschland unterwegs. Das fand ich auch ziemlich cool, weil ich wollte auch die deutschen Parks nochmal angucken. Und dann geht es nach den ersten anderthalb Wochen in die Tschechei, nach Spitzak, da bin ich zwei Tage. Dann Planay, Wagrein, Leogang bin ich drei Tage. Saalbach bin ich einen Tag, Tirol zwei Tage, Serfhaus zwei Tage, Brandnertal zwei Tage. Dann geht es in die Schweiz, Lenzerheide. Und das geilste, Freunde, das geilste überhaupt. Ich habe so ein Glück, dass das passt. Ich bin ja eh unten in der Schweiz, Lenzerheide und würde von da aus über den Bodensee eh zurück nach Deutschland fahren. Und wirklich das geilste überhaupt, die Eurobike, die Eurobike 2016, die größte Fahrradmesse, ich glaube Europas sogar, die größte Fahrradmesse Europas, endet mit meinem Trip. Und das heißt am Freitag, den 2.9.16 fahre ich dann zur Eurobike und bin dann den ganzen Samstag, den 3.9. auf der Eurobike. Und da mache ich auch wieder große Videos und da werden wir die ganzen Fahrradmutter angucken und die Stände angucken. Und vielleicht treffe ich ja auch welche von euch auf der Eurobike. Das wäre echt, das wäre echt der Oberhammer. Also ich bin echt, echt erstaunt gewesen, dass das dieses Video so gut hinhaut. Und ich habe einfach nur mega, 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 mega Bock. Freunde, ich bin echt gespannt, wie es wird. 30 Tage, ich möchte versuchen, 30 Videos zu machen. Das wird eine richtige Herausforderung. Letztes Jahr bei den 15 Tagen und 15 Videos hatte ich schon teilweise richtig die Schnauze voll. Aber jetzt bei 30 Tagen immer WLAN finden, das wird richtig krass. Und da seid ihr auch ein bisschen mitgefordert. Wenn ich zum Beispiel, ihr wisst ja durch die Videos, wo ich mich ungefähr wann befinde. Aber wenn ihr sagt, ja, Felix, du bist bei mir in der Nähe, dann schreibt mich einfach mal per Instagram, per Facebook einfach mal an oder per Mail. Und wenn ihr sagt, okay, ich kann euer WLAN mit nutzen, dann schreibt mir das, dann fahre ich zu euch, dann lade ich fix die Videos bei euch mit hoch. Denn das wird echt ein Problem. WLAN, die ersten alle der Wochen wird richtig krass, denn in Deutschland gibt es nicht so viel offenes WLAN wie in Österreich. Denn da gibt es richtig viel offenes WLAN. Gut, noch irgendwelche Infos? Nö, eigentlich nicht. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich wollte euch einfach mitteilen, dass diesen Samstag der Trip offiziell beginnt in Winterberg mit den Fan treffen. Und ich habe einfach noch übelst Bock und bin wirklich gespannt, wer alles vor Ort ist und wen ich alles antreffe. Wenn alles klappt, kommt vielleicht sogar noch der Daniel mit. Das steht auch nicht so 100% fest. Der wird mir ein bisschen beim Helfen unterstützen. Dann werde ich circa anderthalb Wochen, bis ich in Österreich bin, werde ich so gut wie allein unterwegs sein. Es werden mich immer wieder Freunde besuchen und Freunde gehen wieder und dann kommen wieder andere Freunde dazu. Aber am größten Teil werde ich allein sein. Das ist dann eure Aufgabe, mich zu beschäftigen. Denn allein sein ist auch kacke. Deswegen mache ich auch die Videos, damit ihr mich seht und ich möchte auch mit euch zu tun haben. Ganz einfache Geschichte. Ja, in der zweiten Woche, ab der dritten Woche, ab den 19.8., 20.8. ist dann der Eric ab Österreich mit dabei. Und dann wird es auch richtig lustig. Dann machen wir dann Österreich unsicher. Österreich, ein bisschen Italien, ein bisschen Schweiz. Gut Freunde, das soll es auch gewesen sein. Ich möchte nicht weiter auf den heißen Brei reden. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig, richtig Bock auf den Trip. 30 Tage, ich versuche es, 30 Videos, wenn alles klappt. Und drückt mir die Daumen, dass das Wetter schön ist. Weil wie gesagt, ich kein Hotel gebucht habe und ich eigentlich auch nicht vorhabe, ein Hotel zu buchen. Denn das ist für mich dann die Herausforderung, alles nur mit dem Campingbus zu schaffen. Gut Freunde, das soll es gewesen sein. Diese Woche kommt Richtung Donnerstag noch ein Frage-Antwort-Video. Da könnt ihr nochmal die wichtigsten Fragen stellen. Aber dazu lade ich nochmal auf Instagram und auf Facebook extra ein Bild hoch, wo ihr dann drunter kommentieren könnt. So, das war es für heute. Heute ist Montag. Am Freitag geht es für mich los. Am Samstag beginnt offiziell der Trip, dass ihr es nochmal gehört habt. Und dann heißt es jeden Tag Videos. Ich wünsche euch erstmal eine richtig, richtig schöne Woche bei nicht so ganz so schönem Wetter. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Video wieder. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.